ARD Text im Auftrag von Funk Na, wo spielen wir? Drei mal die Piraten. Wir stehen übrigens gerade als Figur im Kreis und werden umtanzt. Hier kann man ja kurz reinschalten. Falls ihr nicht verstanden habt, was wir hier gerade machen, wir machen das da. Guck, schalt rein, sonst wird's affig. Ich mach einfach weiter. Machen wir eine Stunde lang so weiter? Nur so. Jetzt halt rein da. Hab ich eigentlich den Chat? Wollte ich mal so zu... Okay, ich schmeiß an. Wir waren das letzte Mal, haben wir die Kette, die Halskette gefunden in dem Gespensterschloss. Genau, wo ihre Schwester hier war. Ja genau, die sah so aus. Hallo. Und da haben wir die Halskette gefunden und die sollten wir ja zu Therese bringen. Und als wir das machen wollten, war ja nur ihre Willingsschwester da. Die auch so wie Harley Quinn. Genau. Und die hat dann gesagt, gib mir die doch. Und wir... Nein. Weil Chat hat gesagt, nein. Genau. Deswegen haben wir's gemacht. Mhm. So. Und jetzt suchen wir sie. Weil wir wissen nicht genau, wo sie ist. Aber die Janett hat uns erstmal gesagt, äh, da gibt's ein paar Bilder. Und es wäre lustig, wenn wir sie kaputt machen. Also nicht lustig, aber ich weiß nicht mehr, warum die das überhaupt machen sollten. Und wir sollen jetzt in eine Galerie gehen. Äh, wo ich gar nicht weiß, wo die ist. Äh, in Santa Monica, ne? Sind wir in Santa Monica oder dass die durch den Tunnel gehen? Wir können ja mal gucken bei dem Schild. Genau, Forum. Ja, wir sind im Santa Monica. Guck mal, da hast du. Ja. Forum hat uns drauf hingewiesen, äh, dass wir ruhig die... sollen. Okay. Da, zwölf. Wo sind wir? Egal, wir sind bei vier. Das heißt? Wir laufen jetzt geradeaus, dann rechts und dann nochmal rechts und geradeaus. Also hier gerade, ne? Oder, ne? Oder hier geradeaus. Ne, da können wir ja nicht mehr. So. Das heißt, hier ist schon die, ne? Ne, das war ja eine Straße. Da ist doch alles noch so drin. Soll das Park aus? Die Proportionen sind hier so klein. Na, dann gehen wir doch... Äh, Verzeihung, Chat. Das heißt... Ich muss mal checken, ob das immer noch von der Mannen werden soll. I believe not. Aber sonst waren das ja keine Straßen. Das waren ja so kleine Hilo-Wege, ne? Hier, ähm... Pro-TV schreibt, Vorsicht in der Galerie. Ah, guck mal. Oh, wir sind... Okay. Okay, gut. Hier also? Das hier? Ne, das ist doch... Aber wir waren noch davor. Also... Okay. Warte mal ein. Ich schau mal. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr da doch... Ah, na. Was? Er hat gerade gesagt, äh, nope. Kommt halt schon. Ist das jetzt eine Tür, wo ich rein kann, oder? Ja. Das soll doch nicht so doof rumstehen. Ne, Tansana ist ein Krankenhaus. Du bist dran vorbeigegangen, schreibt, äh... Oh, man. Bozzy the boss. Alles klar, boss. Ihr seid dran vorbeigelaufen, ja. Aber... Das sah so aus. Galerie. Galerie. Ich bin doch genau davor. Galerie. Jetzt bist du hier in den kleinen... Ah. Schilder. Oh, tach. Hello. Bad boy, bad boy. What you gonna do, what you gonna do, when they come for you. Das ist ne Galerie, das ist doch kein Privatbesitz. Oh, irgendjemand schreibt hier mein... Mein Mikrofon macht Pssch. Ist das wahr? Es tut mir leid. Ich... Ich... I don't know. Ich weiß nicht, wo das Kabel hinfügt. Tu jetzt mal nett. Du... Der Bauch von ihm ist ja fantastisch. Blum. Aber... Bad boys, bad... Kommt's nicht rein? Wie guck ich da? Nee. Da hab ich ja gesagt, äh, Privatgrundstück bla bla. Dann musst du da von hinten reinsteigen. Was? Krimineller Verstoß, weil du in die Seitengasse gegangen bist? Ah, what? Moment mal. Ah, nicht hinschleichen, der sieht dich schon. Ja, ja, aber ich kann den jetzt nicht umbringen. Oh Gott, ich hau mal ab, oder? Ja, renn weg. Ja! Oh Gott, der schießt ja auch. Oh Gott. Und weil ich nicht die Seitenstraße bin. Oh, was? Das Bitch-Shirt hat mich verraten. Hier, schieß den. Schaff den. Ah, das ist doch gescheuert. Da geht's ganz klar, gell? Tschüss. Tschüss und hallo. Yeah. Pew, pew, pew. Les ab und zu ein bisschen in den Chat. Du sollst spalten. Das ist eine illegale Seitengasse. Acht Warnschüsse in den Rücken. Ja. So, äh. Polizei auf der Jagd ist natürlich jetzt. Kann ich da hinbekommen? Lalala. Viel zu langsam. So. Äh. Ich versuch jetzt hier mal eigentlich hinbekommen. Kannst du da hinten noch um die Häuser? Ich weiß jetzt gar nicht welches Gebäude ist. Aber hier muss das doch irgendwo sein, ne? War hier nicht die illegale Seitenstraße? Was ist das? Polizei gibt auf. Okay, Polizei. Viel Spaß. Welches Gebäude war denn das jetzt? Ist das nicht das hier? Hä? Hier ist das Krankenhaus. Denn es hier. Muss es ja das Haus sein. Aber da geht's ja nicht weiter. Da geht's ja nicht rein. Es ist wieder was anderes. Kaum ist Steffen nicht da, gibt's Actions. Ja, Steffen ist halt nicht da, weil er früh heute hier war, ne? Ja. Ob ich das mitbekomme? Hier da ist das nur Ding. Aber da gibt's keine Seitenstraße. Was? Ey, da stand Polizei gibt auf. Komm mal klar jetzt, Mr. Biobauchman. Heißt das, die sind jetzt immer abhoch? Eigentlich wäre das ja lächerlich. Ich mein, da stand doch schon, dass die Polizei aufgibt. Oh, kannst du hier? Ist das die Seitengasse? Ne, das wollte ich nicht. War da jemand? Hallo. Kann ich da rein? Ne, oder? Ja, in die Seitengasse reinschleichen, aber da bist du nicht reingeschlichen, du bist nur gelaufen. Ja, weil ich nicht wusste, dass die illegal ist. Aber jetzt finden die mich illegal. Oh, der Biobauchman ist vorbeigegangen. Vielleicht, aber kannst du da nicht so lang schleichen jetzt? Weil da konnte ich mich unsichtbar machen, ne? Das war ja das Gegenteil so. Du kannst dich ja eher ein Tier vermachen. Ey, ich glaube, ich muss einfach nochmal einen neuen Laden, oder? Damit wir nicht aggro sind. Aber vielleicht, guck mal jetzt, Sneaky Sneak. Hier ist dein Blut überall verteilt. Schön an der Wand lang, damit er mich nicht sieht. Och, ich wollte schon sagen, ey, wehe. So, jetzt sind wir auf jeden Fall für immer kriminell. Haben wir denn auch... Ne. Was denn? Da eine Maske verloren haben wir nicht. Wir haben ja niemanden umgebracht. Das ist ja nur, wenn du jetzt was... Okay. Also hier, vorhin meinte, ich weiß gar nicht mehr, PoTV oder wie er hieß. Obacht. 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 In Galerie. Stöber. Sag Paul doch immer. Ich sag das mal. Ich kann nicht aufhören zu sneaken. Vielleicht ist... Sneaken... Oh, ne. Okay. Ich weiß aber leider auch nicht mehr, um was für ein Gemälde es ging. War das nicht alle? Das ist ne Woche her. Alle Gemälde zerstören? Äh, Chad, weißt du noch welches Gemälde? Erstmal, ne, wenn die uns schon erschießen. So. Nehmen wir mal die Spendenkasse. Oha, 250! Wir können doch mal zur Not. Ja. Hä? Ist hier jemand? Was? Jetzt hab ich die Menschlichkeit verloren. Oh no, warum? Weiß nicht. So, ähm, welches ist denn das hässlichste? Gehst du danach jetzt? Okay, das geht wohl nicht. Aber was hätten wir da machen sollen? Alle vier in der richtigen Reihenfolge. Oh, richtige Reihenfolge? Das ist verraschend. Aber wie mach ich die, also wie mach ich die denn kaputt? Ups. Alle Gemälde in der Reihenfolge. Oh Mann, was? Chad! Messer benutzen. Haben wir ein Messer? Oh, äh, haben wir ja... Ja. Bestimmt aufstitzen sollten wir die, ne? Ja. Slice... Messer, Messer, ja... Man merkt, man muss erst fünfmal klicken. Ja, Chad. Wir haben es ja verstanden. Aber Reihenfolge wissen wir trotzdem nicht. Was steht denn da? Was... Wie sind denn die Titelnamen? Oh Gott. Oh Gott. Ah, fuck. Das Kabel. Cain cursed by God. Cain cursed by God, okay. Cain... spurns Lilith. Cain slays Abel. Und Cain meets Lilith. Und Cain meets Lilith. Okay, also Cain meets Lilith... 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 Ist wahrscheinlich ja. Patzer? It was wrong. So. Ähm... Cursed by God. Ah, er wurde erst mal verflucht. Wahrscheinlich auch nicht. Dann... Er hat so hart gearbeitet, dass er verflucht wurde. Ne. Dann hat er sie getroffen. Oder? Ey, für mich hat das mehr Sinn gemacht, wenn er sie trifft. Dann hat er irgendwas gemacht, dann wurde er verflucht und dann sind alle gestorben. Beste Geschichte ever. So, aber jetzt hat er seine Liebe getroffen. Beste Geschichte ever. Mano! Er hat gearbeitet, habe ich gesagt. Also das ist richtig, okay. Dann wurde er verflucht, weil er falsch gearbeitet hat. Dann hat Gott ihm eine Frau geschenkt, die er dann aber, weil er verflucht war, umgebracht hat. Beste Geschichte überhaupt. Ja, vielleicht könnt ihr da ja eine Kurzgeschichte schreiben oder so. Wo? Ja, es tut mir leid. Ich kenn mich bei der Bibel leider nicht so ganz aus. Was war noch? Ähm... Ja, du musst deinen Scrollie scrollen und dann Tier... Dings einwenden. Wie sieht die... Ah! Wie mach ich das? Oh... We just died. Wir hätten speichern sollen, oder? Stimmt. Oh, aber wir haben glaube ich Auto-Auto-Safe. Ja, stimmt. Das kann gut sein. Ich erinnere mich noch an das Problem mit der Tür. Da war es ja auch Auto-Safe. So, wie benutze ich den Kack noch? Äh... Ich nehm mal einen Blutbeutel, ne? Weil wir haben ja gar nicht viel, oder? Reicht das? Wie meinst du? Unsere Blut-Zeugs? Ja, ich glaub wir haben genug eine. Ja. Kennt man das von Supernatural? Hab ich irgendwas verpasst? Ich hab Supernatural nämlich gerne geguckt. Und jemand hat ja geschrieben, das kennt man von Supernatural. Ich glaub ich hab nur drei Staffeln geguckt. Ups, das wollte ich gar nicht. Mochtest du's denn, oder hast du einfach aufgehört, weil... Keine Ahnung. Es gab wahrscheinlich einfach zu viel. Zwischendurch kam was Besseres weiter. Ja, das kann ich... Also es war okay, aber wenn man so Pause macht und wieder gucken will, dann hat man einfach keine Ahnung was da war. Ja, obwohl ich finde das ist ziemlich einfach. Also es verlangt nicht so viel von einem... Man kann's einfach so schauen nebenbei und noch was machen. Also wie benutze ich... Welche Taste benutze ich noch, um das Zeug zu benutzen? Achso, äh... Sorry, ich lese mal zwischendurch ähm... Gestalt und dann war das doch einfach rechter Mausklicks, nicht? Rechter Mausklicks? Na okay. So, ach kacke, was war das noch? Also er hat gearbeitet... Er hat Menschen getötet. Und dann verflucht. Und dann... Seiner Ische getroffen und dann hat er sie getötet. Kannst du jetzt überspringen? Oh, ich geh dann auch so. So, äh... Rechte Mauskicks. Ja komm schon! Okay, geil. Menschliche Gestalt angenommen gerade. Hä, das war's schon? Ja, das andere? Kannst du das noch? Weil ich ein Messer ausgerüstet hab oder was? Sicher nicht. Oh Gott. Ich kann... ich kann's nicht mehr benutzen. Oder hatte ich doch zu wenig Blutmagie? So scheiße. Dann müssen wir das alles nochmal machen. Oder ich bin jetzt mega krass und mach schnell. Ähm... Skill. Nicht Raben der Nacht. Verwandlung. What? Das ist ja wie ein Blade. Ja. Oh, jetzt hab ich so schnell geklickt. Was'n? Zurück. Zurück. Aber wir haben ja wohl noch die Ladepunkte, oder? Ja, muss. Aber ich kann nicht zurück. Ich beende das Spiel mal kurz. Ähm... Hallo Chat! Ähm... Übrigens... Ja, es tut uns leid. Meine Güte. Passiert. Ihr habt's euch aber gesehen hoffentlich, was passiert ist. Der hat einfach mir kein Menü gegeben, sondern einfach anhand der Stelle, wo ich grad geklickt hab, Zeug gemacht. Chat. Chat ist alles okay, Chat? Bist du böse mit uns, Chat? Hoffentlich ist das jetzt nicht so, wie die Spiele heutzutage, dass man die ständig überschreibt, wenn man neue Spiele anfängt. Sondern das ist noch so wie die schönen alten Spiele, die damals immer ganz viele Schloss hatten. Sicher für Speicherstände. Und ich seh hier auch grad gar nichts. Spielladen. Ja... Alles... Alles... Alles frutti frutti. Was lernt ihr daraus, Kinder? Nicht einfach blöd rumklicken. Ja. So. Alles wieder gut. Wir sind sogar hier. Ich hab die falsche Magie. Oh, ich dachte, die Tatze ist das. Haben wir denn... Gestaltwandel... Ist es das denn, oder was? Steht da? Blut macht... War es das? Nee, ich glaub... War das nicht Gestaltwandeln? Das haben wir doch auch noch mal letzte Mal aufgelevelt. Damit wir... Hm... Ich nehm aber, weil wir haben ja so viel... Ach ne... Wir haben ja so viel, äh, von diesem Zeug hier, ne? Da. Ich nehm da jetzt einfach einen von Scheiß drauf. Hab ich das jetzt? Der zeigt das immer so dumm an. Ja, das ist... Es ist auch... Du musst ja alles 80.000 Mal klicken. So, es hat sich gefüllt. Ähm, aber... Kannst du nicht... Ist nicht F2 oder so? War das nicht Waffe? Und kannst du da nicht die... Genau. Die dann auswählen? Ich kann... Das Mess... Das Mess... Das Messer... Das Messer ist keine Waffe. Natürlich nicht. Das Messer ist ein... Wie dumm. Anderer Gegenstand. Und jetzt speichern, wenn wir dann... Ja, genau. Äh... Spiel hier speichern... Chat ist echt manchmal hilfreich, wenn es darum geht, ähm... Sich an Dinge zu erinnern. Ja. Danke, Chat. So. Gehen wir mal arbeiten. Ne, die Spielfigur ist kein Vampir. Die ist sowas wie ein Werwolf, ne? Ja, genau. Wie hießen die hier nochmal? Ma... Gangre. Gang, 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 gang. Weißt du, was ich speichere jetzt? Das ist nämlich viel schlauer. So. Ja, das stimmt. Das ist... Zum hundertsten Mal. Aber die hat ja gar nicht gesagt, dass wir da so ein Ritual gedönsen, sondern, ähm... Ne, natürlich nicht. Dass es so ein Spaß ist. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, töte das Ding. Und? Das ist sehr gut. Ich will diesen Roundhouse Kick machen. Wie hat er den denn gemacht? Super Kombo. Aber ich sterbe ja trotzdem gleich. Scheiß. Scheiß. Kack. Vielleicht sind wir... Zu schwach. Die Steuerung ist halt auch... Vielleicht müssen wir rum strafen einfach. Seine Kombis lernen wie ein Dark Souls. Nein! Es ist halt kein Dark Souls. Es ist halt kein Dark Souls. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, ne? Oh, was ist das denn? Hm. Was passiert da? Vor allem, wer ist der? Ja, das ist der Typ. Der hatte sich kurzzeitig, als du ihn mit dem anderen Dings gehauen hattest. Mhm. Wurde er auch in eine Menschengestalt verwandelt. Ich muss bestimmt mehr rumlaufen. Kann ich das abbrechen? Oh Mann, ey. Ich glaube, das werden wir uns heute noch sehr oft ansehen. Und ich muss gleich niesen. Lalalala. Hatschi. Und mach gleich hier Klauengedöns. Genau. Ich weiß nicht, kannst du... Ich... Also die Steuerung ist halt auch ein bisschen für den Arsch. Also wenn du kämpfen willst, ist es halt super schwabbelig. Du kannst es irgendwie nicht anvisieren und nichts. Und das ist halt... Ey, die dumme Kacke. Ich meine, ansonsten machen wir eine andere Mission erstmal, bevor wir hier ewig festhalten. Chat, was sagst du, Chat? Ja, ich versuche hier gerade die ganze Zeit so rumzulaufen. Aber guck mal, jetzt ist mein Scheiß auch zu Ende. What? Oh man, oh man. Kann man... Warum können wir... Was? Vielleicht mal First Person. Wie schalte ich denn nur First Person noch um? Eins? Oh, guck mal, ich kann es jetzt noch einsetzen. Obwohl ich tot bin. Oh man. Das ist doch gemein. Soll ich das nochmal versuchen, oder... Ja, äh... Was sagt denn der Chat? Wollt ihr, dass wir es nochmal versuchen aus der Ego-Perspektive? Oder sollen wir einen anderen... Dann sagt uns auch, wie ich da reinschalte. Dann sagt uns auch, wie ich da reinschalte. Vielleicht muss ich die Polizisten hier reinloggen. Hä? Guck mal, jetzt hat er einfach ohne, dass ich geklickt habe, oder was? What? Wie schalte ich denn jetzt in die scheiß First Person Perspektive um? Versuch mal eins. Oh Gott. Okay. Fucking hell. Oh man, ey. Ich treff hier halt auch nix, so. First Person. Ja, aber vielleicht brauchen wir halt auch erstmal noch irgendwie mehr... Skill. Hm. Ein bisschen aufleveln vorher, ne? Joa! Also hier sagt halt auch einer mit der Waffe erst und dann Gestalt, aber ey, I don't know. Hauen, heilen, hauen, heilen. Zwei Schläge und dann weg, heilen, Blutheilung nutzen. Mach ich doch, aber das bringt nicht viel. Blum, 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 blum. Oh, du dummes Arschgesicht. Kannst du denn... Ach so, die Waffe ging ja nicht, ne? Oder doch? Oh, egal. Ey, du bist dumme... Achtung, du bist gleich gut. Ja, aber es hätte ja fast geklappt irgendwie, ne? Der ist overpowered für den Anfang. Schreib, Chat? Ja, also einer schreibt, ja. Genau. Und die anderen schreiben... Dat aim. So, jetzt schluck ich aber nochmal... Ups, falsche Taste. Aber... Wir sollen das irgendwie weiter versuchen. Also es wagt keiner... Aufgeben. Ich... Oh, wie wenig das ist. Find ich ja ein bisschen komisch. Oh, dass man es nicht überspringen kann. Okay. Ah, dumme Nuss. Ich bin halt so langsam beim Angreifen, ey. Es ist... Es ist schön, dass wir alle in die Luft hauen, beide. Ja, er haut halt... Haut halt ordentlich zu. Ja. Und ich treffe halt nix, so. Oh. Dummes Sackgesicht, ey. Du hast das Gefühl, mit dem Messer treffe ich besser. Ja, aber weniger Punkte, ne? Oh. Kann der mal... Vor allem, wir ziehen ihm halt so wenig ab. Er hat noch nicht mal die Hälfte. Ist so dumm. Eben. Eben war's. Äh. What is happening? Salz. Ist irgendwas? Es passiert gar nichts. Oh Gott, was ist passiert? What the fuck? Du bist gleich tot. Oh Gott. Ich war... Ich hing da auch grad voll fest. Was war das? Ah, scheiße. Aber... Ich hing halt fest in der Ecke, oder? Ja. Und der Ton war auch so komisch. Vielleicht... Vielleicht einmal mit Schusswaffe versuchen. Und dann dazwischen mal wechseln. Vielleicht. Weil dann kannst du auf Distanz und dann kommt er nicht so nah ran. Ja, es ist Bojack the Horseman auf meinem T-Shirt. Weil er der Beste ist. Und er war famous in the 90's. Das steht da drauf. Ah, hier... Nimm den Arm. Ach ja, stimmt. Wir haben hier den Arm. Nein, der ist kacke, der Arm. Warum kann ich nicht jetzt die Waffe wechseln? Das ist... Dumm. Ihr schreibt... Die Grafikkure schreibt, Belle, du hast doch Dark Souls durchgespielt. Du kannst das. Das zieht ja überhaupt nichts ab, so. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's vergessen. Ja, okay. War aber eine Überlegung. Ich mein... Sicherlich der Arm. Alter, voll angehüpft. Was kann er denn? Super Sprung? Ist er... Der Super... Oh, er ist super alt. Ah, ja, 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 ja. Zieht der Arm dann wenigstens mehr. Also ihr habt so viele Skills, die helfen fast alle. Die Raben Stun kurz, Seelenstärke macht, euch härter Blut macht, macht Stats besser. Ja, ich bräuchte... Hab ich... Hier, guck mal, hier kann ich ja schnell Wahl machen zwischen den... Ach nee. Hä? Kann ich doch... Auf den Zahlen? Ja, aber jetzt... Eben könnte ich mir die noch aussuchen. Weißt du? F2? Und dann vielleicht zuordnen? Ich will meinen Blutbeutel, sodass ich schnell einen Blutbeutel schlafen kann irgendwie. Aber da kommst du jetzt nicht hin. Du kannst nur Waffen. Mhm. Ich kann nur das oder das oder Klamotten. Warum soll man die Klamotten... Ich brauche Klamotten unbedingt auf Schnellwechsel! Und wenn du das so normal in das Menü gehst, kannst du dann vielleicht sagen und die Zahl... Ist das denn eigentlich Pause? Wie meinst du Pause? Also wenn ich ins Menü gehe? Nee, ne? Der haut mich dann weiter, oder? Ich glaub ja. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wir machen das ganz einfach. Ähm... Sprengstoff. Schade. Och. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around and hurt you. Menü ist Pause. Menü ist Pause. Menü ist Pause. Ja, okay. Schade. Dann versuchen wir das mal. Echt, das geht nur mit dem Messer. Willst du mich verarschen? Super Slice. Was hab ich denn grad da unten? Blutheilung? Und ich hab das Falsche! Ah! So. Und jetzt schnell! Was ist das Blut macht noch? Keine Ahnung. Äh... Blutheilung. Pew, pew! Pew, pew! Und... Pew, pew! Wo ist er? Wo ist er? Da. Aber der hat so'n super Sprung. Und jetzt weg! Und weg! Und weg! Ah! Und weg! Ah! Scheiße! Ah! Wie viele habe ich? Noch zwei. Hallo. Kann ich zwei vor einmal nehmen? Ja. Ah nein. Ah! Oh nein! Letzte Chance vorbei! Ah Gott! Auf weg! Nein! Ahhhhhhh! Super dance move! Manno! Er macht wieder den Supersprung. Arschloch. Aber du hast ihn fast. Du kriegst es hin. Go, 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 go. Hau ihn auf die Fresse. Schlag, halt, nein. Nein, nein, nein. Mein Tod, mein Tod, mein Tod. Ja, da. Bestes Gefühl. Sehr gut. Werbung. Jetzt kommt ihr die Werbung. Und danach, was auch immer passiert. Ich mache schnell Pause, damit ihr nichts verpasst. Bis gleich. Wer weiß, was passiert.